Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Wie viele Tore macht Deutschland in der Vorrunde? Jeder Ball, der hier liegt, der in diese Torwand geht, ist ein Treffer für Deutschland. Also es war ja schon mal spannend, aber da ist echt noch Luft nach oben, also zack zum Lernen. Und wer sich von euch das WM-Spektakel in bequemen Sesseln, toller Sicht und einem echt guten Sound anschauen will, hier in Matesa werden alle Deutschland-Spiele übertragen und der Eintritt ist frei. So, Noah, jetzt los geht's. Ich will hier bessere Leistung sehen. So, und für alle Fußballmuffel, es gibt auch echt ein gutes Alternativprogramm hier in Matesa. Und zwar werden parallel zur WM ausgewählte Filme für nur 5 Euro hier angeboten. Zum Beispiel One Piece Goals by Expedition Happiness. Also echt ein gutes Programm, würde ich sagen. Dazu kann man natürlich nur sagen Volltreffer, ja. Noah, wie schaut's bei dir aus? Wir haben getroffen. Also es ist alles drin. Gib das mich mal, ja. Ich zeig euch mal, wie das geht. Du willst schießen? Ja. Einmal den Ball her, bitte. Was willst du denn schießen? Ball. Fußball. Dann zeig mal, wie man das macht. Okay. Oh, das hätte nicht passieren sollen. Ein kleines Kamera-Old-Take hier. Ob die Isabella jetzt getroffen hat oder nicht, das dürft ihr jetzt raten. Wer richtig wettet, der gewinnt für sich und seine Freunde freie Getränke und kostenloses Popcorn. Also schreibt in die Kommentare, ob Isabella getroffen oder verschossen hat. Was kommt?